Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht sofort los mit unserem Wettbüro. Tim und Kai sind wieder am Start. Heute gibt es spannende Inhalte. Wir gucken zurück, wir gucken nach vorne. Es gibt eine PaySafe-Card für euch und einen mega geilen neuen Service. Seid gespannt, es geht los nach dem Intro. Hallo Kai. Hi Tim, das sind ja schöne neue Bilder, die ich hier sehe. Das sind einfach, ich möchte mal sagen, wirklich Abbilder von uns. Also für alle Zuschauer jetzt hier an der Stelle. Kai ist unten links und ich, Tim, bin oben rechts. Und ich finde, die Dinger treffen uns sehr genau, muss ich sagen. Fühlst du dich auch sehr widerspiegelt? Ist tatsächlich ganz gut getroffen, ja. Finde ich auch. Das Outfit passt nicht ganz zur Jahreszeit, aber da machen wir uns halt warme Gedanken. Genau so ist es. Immer lässig unterwegs, der Kai. Ja, sehr geil. Kai, schön, dass du wieder mit dabei bist. Viele warten jetzt echt auf das neue Video. Heute geht es um die Expertenanalyse, um deine Expertenanalyse rund um die Champions League. Und bevor wir rein starten, wieder ein paar Worte. Und zwar heute mega wichtig. Also bitte von Anfang bis Ende durchgucken, ohne zu spulen. Wir fangen mal an mit dem Vorwort. Warum? Weil dieses Video kommt vom Wettschein-Service. Das sind unter anderem Tim und Kai, aber das sind auch noch ganz, ganz viele andere Sportwetten-Experten im Hintergrund. Was genau ist eigentlich der Wettschein-Service? Weil wir merken immer wieder, dass das viele gar nicht wissen. Wir haben kostenlose, aber man muss auch sagen, auch kostenpflichtige Tippgruppen. Also kostenlose und auch VIP-Tippgruppen, in denen ihr eure Tipps beziehen könnt. Wir haben exklusive Kontakte zu Sportwetten-Profis. Und wir haben Kontakte und auch eigene, richtig geniale Sportwetten-Tools. Und natürlich haben wir auch exklusive Buchmacher-Deals. Das heißt, das alles zusammen ist wahrscheinlich das spannendste Full-Service-Package im deutschsprachigen Raum rund um das Thema Sportwetten. Und wenn ihr Teil dieser Geschichte sein wollt, wenn ihr diese wirklich bares Geldwerte, Tools und Tipps haben wollt, dann macht folgendes, tragt euch in unsere E-Mail-Liste ein. Ihr werdet nicht zugespampt, sondern ihr bekommt mit jeder E-Mail echten Mehrwert. Das ist so viel wert. Ihr werdet deutlich mehr gewinnen, wenn ihr in unserer Liste drin seid. Also immer rein mit euch. Da gibt es vieles von dem, was der Wettschein-Service bietet. Und ich glaube, das ist tatsächlich mit Geld kaum zu bezahlen. Also unter dem Video gibt es einen Link. Tragt euch ein, also klickt da drauf. Dann kommt ein E-Mail-Formular, tragt euch ein. Und dann werdet ihr von jetzt an von uns, ja, in etwa zweimal die Woche beliefert. So, dann gibt es noch eine Ankündigung. Kai, hast du Bock auf eine Paysafe-Card? Also ihr habt da immer Bock drauf, ja, ja. Ja, das Problem ist bloß, du kannst sie nicht kriegen. Es gibt eine kleine Paysafe-Card für diejenigen, die uns hier treu folgen als Abonnenten und solche, die es noch werden. Und zwar haben wir uns ein bisschen was ausgedacht. Wir werden ab jetzt in den Videos immer ein 10er Paysafe-Card verlosen an euch. Und zwar an diejenigen, die beim nächsten Spiel, Paris gegen Leipzig, richtig getippt haben. Logischerweise, bevor das Spiel losgegangen ist. Also, das heißt, jetzt eure Aufgabe. Wenn ihr ein 10er haben wollt in der Paysafe-Card, dann packt ihr unter dieses Video in die Kommentare euren Tipp. Wie geht das Spiel aus? Auf welchen Wettart setzt ihr? Womit wollt ihr eure Kohle machen? Also haut da drunter euren Tipp. Und wenn der kommt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Losbox. Noch eine Voraussetzung gibt es. Ihr müsst bei uns im E-Mail-Verteiler drin sein. Also wir wollen nicht nur die spannendste, sondern auch die größte und beste Sportwetten-Community im deutschen Raum sein. Also wollen wir mit euch gemeinsam wachsen. Deswegen kommentieren euren Tipp und rein in die E-Mail-Liste. Wie gesagt, Link unter diesem Video. So, Kai, tut mir leid. Aber 10er Paysafe-Card müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine andere Gelegenheit. Ja, Tim, noch mal eine Sache dazu. Wie gesagt, den Ergebnistipp wollen wir haben. Also der Ergebnistipp soll in die Kommentare. Und unter allen, die das Spiel richtig tippen, verlosen wir dann die Paysafe-Card. Guter Hinweis. Ja, sehr guter Hinweis. Immer Ergebnistipp. Nicht, dass hier doppelte Chancen und sonst was alles reinkommt. Sonst wird es echt ein bisschen schwierig, das alles nachher auszuwerten. Völlig richtig. Ja, super geil. Kai, wir gucken noch mal zurück, bevor wir dann nach vorne gucken. Was sehen wir denn jetzt hier eigentlich? Es ist die Videostatistik seit Oktober 2020. Das sind unsere Free-Tipps. Aber bitte kommentiere mal selber. Was genau ist das hier? Das sind die Tipps, die wir hier in den Videos für euch rausgehauen haben. Und das Ganze seit Anfang Oktober 2020. So lange haben wir diese neuen Video-Formate. Wir haben auf der linken Seite das Format Tim und Kais Wettbüro. Und rechts ist es quasi auch Tim und Kais Wettbüro. Und nur, das ist das Champions-League-Format. Und das Champions-League-Format, das produzieren wir ja heute auch, beziehungsweise jetzt gerade. Und das ist der dritte Teil. Und da kann man sehen, dass wir zwei Kombis in den Champions-League-Formaten getippt haben, die beide gekommen sind. Und links das normale Wettbüro, wo wir uns mit dem Rest beschäftigen, meist zum Wochenende hin. Und wir sind bei einer Gesamteinheit jetzt vom Gewinn von 28,32 Einheiten. Und das ist weiterhin extrem gut. Da sind wir extrem zufrieden mit. Und wenn man da, sage ich mal, 10 Euro als eine Einheit setzt, dann wäre man jetzt bei einem Gewinn von 280 Euro. Innerhalb jetzt von sechs bis sieben Wochen. Ich denke, da kann sich keiner beschweren. Ich möchte jetzt noch auf den letzten Tipp eingehen vom Wochenende. Das war der achte Spieltag der Bundesliga. Da ist unsere 2,37 Kurze leider nicht gekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir in den letzten ein, zwei Wochen, seitdem eigentlich die Länderspiele begonnen haben, wirklich sehr, sehr, sehr viele kuriose Ergebnisse haben. Das war schon bei den Länderspielen, bei der Nations League so der Fall. Und das hat sich jetzt am Wochenende auch leider fortgeführt in der Bundesliga. Man muss wirklich sagen, wenn so die Spiele laufen, dann gewinnt am Ende wahrscheinlich nur der Buchmacher. Ich habe auch viel Kontakt zu weiteren Wettexperten und Kollegen. Ich muss euch sagen, da hat kaum jemand irgendwas getroffen. Und deswegen hat unser Schein halt auch nicht gepasst. Insgesamt aber, und das ist eigentlich das Wichtigste, denn Sportwetten sollte man eine Bilanz erst nach Monaten führen und abrechnen. Und deswegen sind wir hier immer noch voll auf dem richtigen Weg. Besser kann es eigentlich hier in den Videotipps gar nicht laufen. Ja, genau so ist es. Und das hier haben wir rausgehauen for free. Jeder, der unserem Sportwettenkanal folgt, der ihn abonniert hat, der die Videos regelmäßig sieht und das hier mitgetippt hat, der hat hier richtig Kohle gemacht, hier über unser Wettbüro. Also an alle, die es gemacht haben, sehr, sehr geil. Herzlichen Glückwunsch an euch und schön, dass das so funktioniert mit der Community. Und wir freuen uns einfach, wenn wir weiter wachsen mit euch zusammen und wenn ihr unsere Fans seid und natürlich auch bleibt. Ja, super. Ich würde sagen, jetzt gucken wir nach vorne, Kai, oder? Ja, gerne. Also, jetzt geht es nach vorne und ich finde, das ist ein sehr gelungenes Bild hier von dir, muss ich übrigens sagen. Ja, ein bisschen krass, deine grünen Augen, aber so ist das. Ich war heute Morgen noch beim Friseur. Schaut ganz gut aus, ne? Ja, so ist das eben auch, ich war ganz lässig mit den Hundertern in der Hand. Also, ja, okay, das steht dir auf jeden Fall. Sowohl die Frisur als auch der Gewinnerblick, sag ich jetzt mal. Aber Spaß beiseite. Was ist dein Tipp? Es geht heute um die Champions League. Auf was müssen wir uns denn vorbereiten? Ja, Champions League geht jetzt mittlerweile in die heiße Farbe. Vierter Spieltag wird morgen eingeläutet. Und wir haben natürlich wieder eine kostenlose Kombi hier für euch. Und ich gehe wieder auf fünf Spiele. Wir probieren es nochmal mit einer Fünferkombi, weil ich lange auch analysiert und nachgedacht habe. Und ich möchte möglichst sicher das Ganze wieder angehen. Aber aktuell, letztes mal ein, zwei Wochen, wie gesagt, viele kuriose Ergebnisse. Was ist da schon sicher? Dennoch, wie gesagt, Fünferkombi. Du kannst gerne zu unserem Buchmacher wechseln. Okay, auf geht's. Erstes Spiel, Start Rennes gegen Chelsea London. Chelsea gegen, was war das? Start Rennes, genau. Und dort setzen wir auf die Doppelchance 2x, beziehungsweise Doppelchance x2. Dass Chelsea dieses Spiel nicht verliert. Ganz schnell abgehandelt für mich. Start Rennes ist super in die Saison gekommen in Frankreich. War lange Zeit ganz, ganz oben. Aber hat jetzt auch seit einigen Wochen schon gar nichts mehr auf die Beine gestellt. Viele Diener lagen kassiert. In der Champions League kriegen sie auch kein Bein auf den Boden. Und jetzt kommt Chelsea, die eigentlich konträr die Formkurve haben. Die sind sehr, sehr gut drin. Werden immer besser. Werner wird immer besser eingebaut. Ein Haarhaus wird immer besser eingebaut. Und deswegen kann ich mir, weil es auch für Chelsea noch um viel geht in diesen Spielen, nicht vorstellen, dass wir hier irgendwie was abschenken und mit gar keinen Punkten nach Hause fahren. Und deswegen hier Doppelchance x2. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Dortmund und Brügge. Okay. Und hier gehen wir auf den Rhein. Dreiweg-Sieg Dortmund. Sieg Dortmund, ja? Ja, genau. Die 1,3 Brügge. Dortmund hat auch in Brügge souverän gewonnen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss noch nichts fürs Heimspiel. Aber wer Dortmund jetzt gesehen hat, auch wie sie in Berlin aufgetreten sind, also mit welcher Wucht sie da in der zweiten Halbzeit kam, das ist schon klasse. Und Champions-League-Heimspiele in der Gruppenphase, das habe ich schon mal auch vor dem Spiel gegen St. Petersburg gesagt. Das ist einfach, da lässt Dortmund wenig bis nie was andrennen. Und gegen Brügge muss einfach mit drei Punkte her. Denn Dortmund braucht diese drei Punkte. Und dann auch wirklich dann schon die Tür ganz weit aufzustoßen zum Abtelfinale. Und deswegen werden sie das Spiel auch komplett ernst nehmen. Und Brügge hat immerhin auch schon vier Punkte gesammelt, vor allen Dingen durch diesen Last-Minute-Auswärts-Sieg in St. Petersburg. Aber dass sie jetzt hier in Dortmund Punkte mitnehmen, kann es mir tatsächlich nicht vorstellen. Dortmund wird hier gewinnen. Die Quote von 1,3 kommt mit in den Rucksack. Dortmund, nächstes Spiel ist Juventus-Turin. Juventus-Turin gegen Ferenc-Varosch. Die Mannschaft aus Ungarn. Für die schon eine große Ehre ist, überhaupt Champions League spielen zu dürfen. Hier gehen wir auf die 1,13 für Juventus-Turin. Okay. Juve ist die Saison noch nicht so stabil wie die letzte Saison. Das ist wohl so. Aber kann man sich hier wirklich vorstellen, dass sie hier zu Hause, wo sie tatsächlich auch die Punkte benötigen, dann gegen die Ungarn was liegen lassen. Also sie sehen eigentlich haushoch überlegen. Ich habe heute gelesen, dass Juventus-Turin einen 25-fachen Marktwert von den Ungarn hat. Das ist ja eigentlich unfassbar, was da für Welten aufeinander prasseln. Und deswegen dürfte er auch bei diesem Spiel eigentlich nichts andrennen. Dann das dritte Spiel ist Lazio-Rom gegen Zenit St. Petersburg. Das ist die Dortmund-Gruppe. Und hier setzen wir auf die Lazio-Rom. Warte mal kurz. Wahrscheinlich muss ich Lazio... Oh, warte mal kurz. Jetzt bin ich hier weg vom Bildschirm. Warum? Warte mal. Lazio-Rom. Genau, gegen Zenit St. Ja, da haben wir es. Genau. Zenit St. Petersburg. Jetzt braucht man die doppelte Chance. 1x Lazio. Doppel Chance. Jawohl, 1,2er. Ich habe schon gesagt, ich kann den Russen einfach wenig abgewinnen. Zenit St. Petersburg mag in der heimischen Liga gut dabei sein. Aber ich kann diesen Fußball irgendwie aktuell wenig abgewinnen. Wenn, dann würde ich Zenit St. zu Hause stärker einschätzen. Aber auch da kriegen sie wenig hin. Immerhin haben sie einen Unentschieden dann zu Hause gegen Lazio rumgeholt. Aber auch da war Rom schon die bessere Mannschaft. Und jetzt müssen sie aufwärts wieder ran. Da sind sie traditionell eher schlecht international. Lazio zu Hause ist ja jetzt auch durch Corona bedingt ordentlich durchgerüttelt worden. Aber in der Liga machen sie es ganz gut aktuell. Und sie brauchen unbedingt diese Punkte. Und da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass sie hier das Spiel zu Hause verlieren werden. Deswegen kommt auch diese Quote mit in unseren Rucksack. Und dann haben wir noch ein Spiel. Ja. Und das ist das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und den FC Middjylland. Haben wir. Ob es das mag, Middjylland in der dänischen Liga schon eine Hausnummer. Aber kann man diese dänische Liga wirklich qualitativ vergleichen mit so einer Mannschaft wie Ajax Amsterdam? Ich glaube nicht. Middjylland ist ähnlich wie bei Ferenc Wabosch. Die sind froh, dass sie überhaupt Champions League spielen dürfen. Und der Ajax Amsterdam braucht ganz dringend diese Punkte. Da geht es ums Achtelfinale. Und Ajax Amsterdam zu Hause gegen Middjylland. Also ganz ehrlich, hier kann ich mir auch nicht vorstellen, dass jetzt hier die Dänen eine Sensation schaffen und da drei Punkte holen. Deswegen nehmen wir noch diesen kleinen Quotenboost mit rein, so wie ich ihn immer nenne. Doppelte Chance 1x. Ja. Da pushen wir unsere Quote nochmal ein bisschen und dann sind wir bei einer Gesamtquote von 2,24. Ja. Und mit einer Fünferkombi und dann schauen wir mal, was die Spiele so bringen. Auf jeden Fall eine sehr schöne Kombi. 2,24, eine Fünferkombi ist immer krass, finde ich. Aber du machst das öfter und bisher hat dir der Erfolg auch tatsächlich fast immer recht gegeben. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Und all diejenigen, die richtig Bock haben auf weitere coole Tipps und auf weitere Tools und vor allen Dingen einfach gewinnen beim Sportwetten. Wie gesagt, ihr wisst ja Bescheid. Klickt auf den Link unter dem Video. Tragt euch ein mit eurer besten E-Mail-Adresse, damit ihr keine E-Mails mehr von uns verpasst. Und ansonsten, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann ist das sträflich. Aber es ist tatsächlich zu heilen, indem ihr diesen Kanal einfach jetzt abonniert. Und dann werdet ihr auch Kai und seine Tipps nicht mehr verpassen. Also an der Stelle vielen lieben Dank Kai. Und ganz kurz, eine Frage wurde uns noch gestellt. Warum eigentlich immer wieder Betano? Können wir beantworten, weil... Also ich habe heute Morgen, ich habe mir die Kombi tatsächlich heute Morgen gebaut bei einem anderen Buchmacher. Und habe aber dann die gleichen Tipps bei Betano eingegeben. Und hier bin ich wirklich vom Codeniveau deutlich höher. Da schmeißt die Kombi im Endeffekt wesentlich mehr ab. Und da war ich wirklich überrascht. Und deswegen setzen wir weiterhin unsere Tipps bei Betano. Ja, genau. Und all diejenigen, die Bock haben auf einen exklusiven Buchmacher-Deal, das ist einer von diesen beispielsweise. Jetzt klicken auf den Link unter dem Video. Auch da ist Betano nochmal verlinkt. Also ihr seht, hier geht schon mal einiges. Also abonniert uns. Ich habe noch ein kleines Schmankerl. Oh ja. Ich habe noch ein kleines Schmankerl. Schmankerl ist gut, ja. Denn ich setze ja per se jetzt hier in den Videos auch nicht auf Einzel-Tipps. Aber es gab bei der Analyse ein Spiel, da habe ich tatsächlich ein bisschen Value gesehen. Nagelt mich nicht darauf fest, wenn es schief geht. Aber das Spiel, wir setzen es jetzt auch nicht in der Gruppe oder hier in dem Video. Ja. Aber das Spiel zwischen Olympique Marseille am Mittwochabend um 21 Uhr gegen Porto. Dort ist mir die Quote für Olympique Marseille mit fast drei ein bisschen zu hoch. Weil Olympique Marseille steht zwar am Tabellenende, hat in der Champions League noch rein gar nichts geregelt bekommen. Allerdings in der heimischen Liga doch sehr überzeugend im Frankreich, finde ich, wie sie da auftreten. Das ist so wirklich ein bisschen konträr zu dem, was sie international zeigen. Und jetzt haben sie absolut keinen Druck mehr in dem Heimspiel gegen Porto. Und Porto ist wirklich sehr heimstark und wirklich aufwärts schwach. Ich habe mir einige Spiele von denen in Portugal, der portugiesischen Liga angeguckt. Also das ist wirklich auswärts, vor allen Dingen Fußball, zum Abgewöhnen. Und warum sollte Marseille jetzt ohne Druck nicht hier befreit aufspielen und auswärts schwache Portugiesen zumindest, sage ich mal, zumindest das Spiel so bestreiten, dass sie das nicht verlieren werden. Deswegen wäre auch hier eine doppelte Chance 1x eine Überlegung wert. Ich habe das jetzt extra nicht in unsere Kombi mit reingenommen, weil mir das dann vielleicht doch ein bisschen zu viel Risiko ist. Aber hier sehe ich Value für Marseille. Wir schauen einfach mal im nächsten Video, ob dann tatsächlich auch dieses Value dann so kam. Kennst du das, wenn du im Kino sitzt und dann ist der Film zu Ende, da kommt der Abspann und dann stehen auf schwarzem Grund immer in weißer Schrift die ganzen Charaktere und alle Protagonisten, alle, die mitgemacht haben, mitgespielt haben. Und da stehen die meisten Leute auf und gehen aus dem Kinosaal raus. Und bei einigen wenigen Kinofilmen gibt es genau danach nochmal, so weiß ich nicht, 1, 2, 3 Minuten Outtakes oder sonst irgendwas anderes. Sowas ähnliches hast du jetzt auch gemacht. Ich wollte ja schon auf Stopp klicken bei der Aufnahme, aber kannst du vergessen, Kai hat nochmal nachgelegt. Naja, ist ja super. Ja, genau. Sehr geil. Also, danke dir dafür und allen viel Erfolg und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.